Mein Name ist Jürgen Paul Müller, ich bin Biologe von Prof und ich bin der Projektleiter der Stiftung Schatzinsel Alp Flix, die seit 20 Jahren die Artenvielfalt hier auf der Alp Flix untersucht. Darum habe ich auch eine enge Beziehung zum Park Ela. Der Park Ela, der ja wunderschöne Naturgebiete hat, aber auch ein paar grosse Siedlungen und Verkehrswege. Und ich wünsche mir, dass der Park Ela natürlich gut zu den Naturräumen schaut, aber auch etwas macht um Nachhaltigkeit zu fördern, dort wo wir eben mehr menschliche Strukturen haben, wie Siedlungen, Verkehrswege, dass er sich bei Energie, Verkehr und Landwirtschaft für nachhaltige Nutzung einsetzt. www.infwoge.berg.de